Hey, ich bin Stella. Ich habe mich gefragt, ob du mal Lust hast, mit mir und meiner kleinen Tochter mal einen kleinen Ausflug zu machen. Du hast nur Tochter? Ja klar, warum nicht? Wie besser am Sonntag. Ja, klar. Super. Okay. Dann ruf mich doch die Tage einmal an und dann... warte. Dann machen wir bloß aus. Cool. Dann ruf ich dich an. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Und? Volltreffer. Bis dann. 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 Bis dann.